Welches Auto fahrt ihr zurzeit? Sag du, du fährst wahrscheinlich mehr Autos als ich. Ich habe mehrere Autos, aber ich werde jetzt einfach mal sagen, welches Auto ich zurzeit am meisten fahre. Ich würde sagen, du zählst jetzt mal deine Autos auf und ich bestätige dann, ob die Wahrheit gesagt hast oder nicht. Ich habe einen Ferrari, einen Bentley, einen Ferrari, die an Macht ist das beide, einen Bentley Continental GT, eine V-Klasse, die du sehen wirst, Philipp, weil wir mit der rumfahren werden mit einem Fahrer. Ich habe einen Defender V8, die lange Version, einen G63 und das war's. Das ist ja super wenig. Da bin ich ja froh, wie zurückhaltend und einfach ich lebe. Ich habe seit ein paar Tagen einen BMW X5, aber nur vorübergegen, ein riesiges Auto. Den habe ich jetzt gerade für ein paar Monate wahrscheinlich zusätzlich. Dann fahre ich einen Porsche Macan, einen kleineren SUV und dann habe ich noch einen Smart aktuell.